Hi, ich heiße Marcel, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich die Frage beantworten, ob Yoga beim Abnehmen helfen kann. Die kurze Antwort hierzu ist, ja, Yoga kann beim Abnehmen helfen und dazu gibt es zwei Hauptgründe. Erstens, in den meisten Yogastunden hast du eine Form von Workout, das bedeutet, du verbrauchst mehr Kalorien. Nur als kurze Erinnerung, man kann ein wenig vereinfacht sagen, um Gewicht zu verlieren, musst du mehr Kalorien verbrauchen, als du aufnimmst, du musst mehr verbrennen, als du dem Körper gibst. Wenn du also regelmäßig Yoga übst und die Menge des Essens, die du zu dir nimmst, gleich hältst, dann wirst du abnehmen. Den zweiten Punkt finde ich persönlich jedoch viel wichtiger. Wir alle wissen, dass der größte Teil unseres Übergewichts dadurch entsteht, dass wir mehr essen, als wir brauchen und dass das Abnehmen und anschließende Halten des Gewichts oftmals gar nicht so einfach ist. Das liegt hauptsächlich daran, dass unser übermäßiges Essen durch Stress, Emotionen, Arbeit usw. ausgelöst wird. Wir essen, um eine Lücke zu füllen, Müdigkeit, Dehydration zu überwinden usw. usf. Dieser innere Stress bleibt oftmals gleich oder wird sogar noch mehr, wenn wir abnehmen, denn der Körper fängt auf einmal an, Angst zu bekommen und schreit, er lässt mich verhungern, ich werde sterben. Das ist blanker Stress. Und hier liegt das wahre Gold des Yoga. Denn Yoga hilft dir, zufriedener, entspannter und erfüllter zu werden. Du wirst also nicht mehr so oft das Bedürfnis haben, zu viel zu essen. Hier ein kurzer Tipp für den Einstieg. Versuche jeden Tag die Bauchatmung zu üben, sodass du drei bis vier Sekunden ein- und ausatmest und es ein paar Mal wiederholst. Mache dies einige Male am Tag, insbesondere wenn du das Bedürfnis hast zu essen und nach der ersten Hälfte deiner Mahlzeit, sodass du nach dem Atmen entscheiden kannst, ob du den Rest der Mahlzeit wirklich noch essen möchtest. Ich hoffe, das hat dir gefallen und wir sehen uns bald wieder.